Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und bevor ich mit dem Video anfange, ihr habt vielleicht schon den Community Hub gelesen. Ich muss mich entschuldigen, ich habe heute überhaupt gar keine Videos kommentiert oder besser gesagt, ich habe heute keine Antworten geschrieben. Es liegt einfach dran, ich habe für einen Kollegen, der hat mich angerufen, der ist schon 60 Jahre alt, und der hat mich gefragt, ihm geht es mega beschissen, ob ich nicht für ihn heute die Schicht übernehmen kann, ist schon mit der Chefin abgeklärt und da habe ich gesagt, pass auf, mach dich gesund, ich übernehme gerne für dich die Schicht und ich war heute leider über 20 Stunden unterwegs. Das bedeutet, ich muss heute, wir haben gleich 23 Uhr, zwei extrem kurze Rejections übernehmen. Das bedeutet, ihr werdet es sehen, okay, das sind Reactions, die mir gestern vielleicht erst zugeschickt worden sind. Ich habe jetzt gerade alle Reactions durchgeguckt und das sind zwei Reactions, die ganz, ganz kurz sind. Seid mir da bitte, 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 bitte nicht böse. Ist halt jetzt passiert, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis und ja, ich hoffe, es wird nicht nochmal passieren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da geht mir die Arbeit vor und wenn mich ein Kollege fragt, wie sieht es denn aus, kannst du bitte, bitte für mich die Schicht übernehmen, da bin ich der Letzte, der Nein sagt. Na, ihr könnt mich dafür jetzt hassen, Pipapo, es tut mir auch leid für die Leute, die auf ihre Reactions jetzt gerade warten, aber ich muss jetzt halt gucken, dass ich heute extrem kleine Reactions mache, weil ich muss eigentlich jetzt schon wieder schlafen gehen, denn ich muss ein paar Stunden wieder aufstehen, deshalb, wir gucken jetzt mal rein. Ich finde das übrigens übelst geil, ich habe mir übrigens die Reportage angeguckt und es gibt dann eine Szene, da ist das Kamerateam hinter Monte und er sagt so, Monte so, ja, eigentlich sollte ich jetzt zocken, dass das Kamerateam Aufnahmen hat und der so, ne, ich habe jetzt noch keinen Bock zu zocken, ihr könnt euch nicht auf die Couch flanken, das fände ich so geil. Sehr ehrlich, finde ich cool. Meine Schwanzgröße ist so um die zweieinhalb Zentimeter. Montana Peck, der eigentlich... Ey, der hat da ein Zentimeter mehr als ich, ne? Also, ich sage ja, mir ist immer im Winter so kalt, besser gesagt, warte, also ihr müsst im Minusbereich sehen, mir ist im Winter immer so kalt, da muss ich das Ding wieder immer rausholen, also, aus meinem Bauch. Für die Leute, die unter 18 sind, äh, kleine Disclaimer, ich weiß, der kommt ein bisschen zu spät, aber bitte abschalten. Marcel Davies heißt, zeigt uns seinen kleinen Puller-Mann. Alter ist das Game. Montana Peck zeigt uns seine Folterkammer. Ich liebe es Menschen mit Zutun, Sauce. Herein, spaziert, spaziert, herziert. Das Zimmer ist total verdreckt. Überall stimmt es. Dieser Mensch gestorben ist ja jetzt erst doof gelaufen. 200 Menschenleben hat der Raum schon gekostet. In den Regalen steht eine exklusive Exkrementesammlung. Deswegen will ich jetzt nicht meckern, oh, ich kann nicht mehr mein Lieblingsitaliener essen. Mit Anfang 20 ist Marcel... Alter, das fand ich auch mega ehrlich, was er gesagt hat, ne? Muss man ja wirklich sagen, dass die ganzen YouTuber, gerade die ganz großen YouTuber, die haben natürlich von der Corona-Zeit, naja, ich sag mal schon Vorteile von gehabt, da viele zu Hause sitzen, ne? Und die meisten dann wirklich, ähm, YouPorn, äh, Entschuldigung, ach, vertue ich mich immer, ähm, 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 YouTube heißt die andere Plattform, genau. Also, ne, also, YouTube, ähm, natürlich viel unterwegs sind, ne? Also ich muss sagen, ähm, wir hatten auch eine ganz kurze Zeit, wo wir auch zu Hause bleiben mussten. Und da war ich ja auch unter, äh, äh, ähm, YouTube, war ich auch immer unterwegs, ne? Genau, also, und da haben natürlich große YouTuber, ähm, davon profitiert, ne? Gerade was Einnahmen, ähm, angeht und klar, gerade auch so, was, ähm, die Livestreams, die, ähm, Nackt, äh, äh, hier, also die, die Webcams, also hier, hier, äh, ne? Also angezogen, die Webcams, also hier, Livestreams nennt man das genau, auf Twitch, Livestreams. Ne, genau, ähm, da haben die natürlich davon provoziert, ne? Das Italiener essen. Mit Anfang 20 ist Marcel 25. Schon damals zeigt sich seine Aggressivität. Naja, auf jeden Fall habe ich meine Großeltern gehauen, was ja auch völlig verständlich ist, und das war aber auf jeden Fall ein Moment, den ich auch jetzt, wenn ich noch drüber rede, immer noch über alles liebe, weil ich Personen weh getan habe. Und das hat mich so ein bisschen geil gemacht. Weil ist der Teufelskreis so ein bisschen losgegangen, in Autos brechen, auf Autos scheißen, vor kein Ruhmkartenbetrug, alles so, wo man halt kann, 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 kann. Als er sich in einem Baumarkt abschießt und erfolgreich über 10 Personen erschießt, bekommt er als Belohnung ein Haar auf die Schnauze. Hier beginnt 2012 Marcel Pinis-Arsch-Ficker-Karriere. Find ich auch übelst geil, ne? Ähm, sagt er ja auch in der Reportage, er hat seine, sein Großvater hat er bestohlen. Und, ähm, dann wurde, da hat er sogar von seinem Großvater, ne, der hat gesagt, hier, pass auf, oder, äh, von seinem Opa, pass auf, ähm, wir geben dir noch eine Nacht und dann musst du aber gucken, wo du bleibst, ne? Ne, das fand ich erstmal übelst geil, ne? Also, Respekt. Und, ähm, der hat dann sein Leben komplett, ähm, ja, wieder, wieder in die geregelte Bahn bekommen. Also, ich muss ja dazu sagen, ich hab zwar keine, ja, sag ich mal, kriminelle Vergangenheit, aber ich hab ja auch, ähm, ich war ganz tief unten, ne? Also, die Leute, die meine Real-Life-Stories kennen, die wissen es, ne? Also, ne, weil, kann ich ja jetzt hier ganz offen und ehrlich sagen, also, weil, ihr kennt mich ja schon, ähm, war ja wirklich Suizidversuche, also wirklich, äh, heftige Suizidversuche, äh, hinter mir gehabt. Ich war wirklich ganz, ganz, ganz unten. Und, ähm, ich find das immer so respektabel und, ähm, solche Menschen haben immer meinen größten Respekt verdient, ähm, weil Leute, die ganz unten waren oder, oder, sag ich mal, leider noch sind, aber die es irgendwann schaffen und glaubt mir, ihr schafft das. Egal, wie tief unten ihr seid, ihr schafft das irgendwann daraus. Und Menschen, die das dann irgendwann daraus schaffen und das Leben wieder, ähm, ja, in, in, in geregelten Bahn, ähm, schaffen, muss ich einfach sagen, haben einfach meinen größten Respekt verdient, ähm, und, und solche Leute schätzen halt viel mehr Wert, ne? Also, zum Beispiel, ich war damals so, muss ich auch, äh, hab ich ja, glaube ich, schon mal im Video gesagt, dass ich, ähm, ja, ich bin bei meiner Oma aufgewachsen, ne? Wissen ja auch viele, wieso. Und, ähm, da waren damals, ne, mit, 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 mit 14, 13 Jahren, äh, sag ich mal, waren 50 Euro für mich ein Vermögen, ne? Und ich hab das Geld auch nie wertgeschätzt. So, und auch in der Zeit, wo ich dann auch arbeitslos war, ähm, wo ich kein Geld verdient hab, und, und wo ich dann irgendwann jeden Tag Reis essen musste, weil ich nichts mehr hatte, ähm, und ich dann irgendwann aus der Fasse rausgekommen bin, da hab ich das einfach, ich hab das Leben ganz anders wahrgenommen, ne? Aber, bei Seite jetzt, in, wenn ihr wollt, kann ich da auch, äh, da gerne mal eine, 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 ja, ja, Real-Life-Story machen, könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Aber was ich zum Beispiel heftig finde, dass der Opa gesagt hat, hey, pass auf, du hast dich geändert, ähm, dann bring dich wieder, äh, du darfst wieder nach Hause, und der hat ein Gaming-Zimmer bekommen, und hat, ähm, sogar Führerschein, ne? Nach Abschluss der, ähm, Prüfung, ähm, hat der Führerschein und Auto bekommen, ne? Also, krass, also ich muss, ich muss sagen, äh, Monte, ähm, kann man sich wirklich, ähm, in vielerlei Hinsicht als Vorbild nehmen, ne? Auch wenn viele sagen, hier, Monte, ähm, der lässt manchmal Sprüche ab, die ich nicht so feiere. Wenn man aber Monte kennt und, und, und den schon lange verfolgt, weiß man eigentlich zu 100 Prozent, was er damit meint, ne? Find ich cool, find ich cool. In 2012 Marcel-Wirn ist Arsch-Ficker-Karriere. Ich hatte nie groß Lust zu arbeiten, weil Arzt 4, was der Tag gehört, dir, Sass. Noooow, noooow! Über Werbeeinnahmen bei YouTube verdient Montana Cracket nach zwei Jahren nicht so sehr viel, nämlich gar nicht so s- Seine Follower werden zu voll Idioten. Bei Autogrammstunden kommt er auf hunderte junge Leute. Den ganz großen Penisbruch schafft Montana Black mich am Arsch mit dem Spiel Fuzz Night. Über sein bekacktes Leben hat er jetzt ein Buch geschrieben. Spontaner Blackout 2. Vom YouTuber zum Vollcockspast. An alle, die ihm nacheifern wollen, hat er eine Botschaft. Macht, macht das. Ich soll dich ins Knie, die entscheiden, ich werde dafür sorgen, dass sie ihnen zu Schaden kommt. Das wäre cool, wenn er das so zusammengeschnitten hätte. Ich werde dafür sorgen, dass ihr alle gemeldet werdet. Das wäre übrigens cool gewesen. Ups, ey, das wollte ich gar nicht. Weg damit. Ich bin am Block, wo soll ich sonst sein? Ich bin am Block, wo soll ich sonst sein? Ich hab nur den Back, grad gegelt, ich geh los und rum. Also ganz ehrlich, so wie der hier grad singt, so kann ich auch singen. Ja, ähm, war Monte ehrlich, ne? Das war eigentlich, ähm, die Version, ähm, die, die echte Version, ne? Stern TV hat's ein bisschen umgeschnitten. Nein, natürlich nicht, ne? Aber cool gemacht, echt cool gemacht. Ähm, aber ihr müsst, ihr müsst euch mal, also kann ich wirklich jeden ans Herz legen, einfach mal, ähm, bevor, allgemein, bevor ihr irgendwie, äh, Leute, ähm, ja, bevor ihr euch eine Meinung bildet über Leute, ähm, ja, bevor ihr euch eine Meinung bildet über Leute, solltet ihr, ähm, hinter die Fassade schauen. Ähm, ist einfach so, kann ich jeden empfehlen, bevor ihr euch irgendeine beschissene Meinung bildet, ne? Ähm, hatte ich vor einer Woche, von wegen, dass ich arrogant bin und sowas, ähm, und Arroganz wird immer verglichen hier mit, ähm, also, ich bin ja nicht arrogant. Ich hoffe, ne, ihr wisst das, ich bin eher, naja, ich habe halt, äh, andere Lebenseinstellungen und ich lasse mal auch nicht mehr so auf die Nase herumtanzen, ist einfach so. Und, ähm, ich bin halt in manchen Situationen ein bisschen ruhiger und, äh, das wird halt, äh, mit Arroganz verglichen, ne? Also, wie schon gesagt, ähm, ich kann euch wirklich, ähm, auch das Original, ähm, empfehlen, guckt euch mal das Original an. Und, äh, die YouTube-Kacke war absolut genial, richtig, richtig geil. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Guckt das Original, also auch die YouTube-Kacke an, ist, äh, verlinkt, ist wieder ganz oben verlinkt. Und wir sehen uns definitiv dativ-akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dann, haut rein und tschüss!